Hallöchen Leute, ich heiße euch, Willkommen zu NES Remix 2. Ich bin sehr froh, dass ich den linken Weg... Ich siege den Boomerang, Bruder. Okay. Ups. Shit. Ach, komm schon. Ah, fucking NES Remix 2. Es ist mir egal, ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr. Ich habe absolut keine Lust mehr, die Scheiße jetzt noch weiterzumachen. Ich spiele da seit 40 Minuten jetzt. Und ich komme nicht weiter und es wird nur noch Bullshit und nervig und... Nein. Es nervt. Fackt euch, NES Remix 2. Mir gehen am Ende immer die Nerven durch. Ich fange an zu hüpfen, okay. Okay, ich versuche es noch einmal durch ihn durchzulaufen und dann... Dann... Shit, dann. Wenn es nicht klappt. Dann bin ich am Arsch. Und wenn es klappt, dann... Dann bin ich vielleicht ein bisschen wütend. So, so ein ganz kleines bisschen wütend in NES Remix. Hahaha. Mach dich hier, Bruch. Bitte nicht so lächerlich. Triff den Block und hol dir das Item. Du meinst das Blatt? Okay. Seht ihr, ich bin richtiger Mario Bros. 3, Bro. Bro. Bro, Bro. Ich bin auch Mario Bros. 3, Bro. Bro. Verstehst du, Bro? Okay, Bro. Oh mein Gott, ich bin schneller als die Bombe. Yes. So gut. So gut. So gut. Oh. Dudelidudu. Okay. Okay. Können wir mal über Charaktere, die sich nicht so gut steuern, reden? Samus. Samus ist ein Charakter, der sich nicht so gut steuert. Ja. Yay. Und da habe ich immer die Missals. Samus, wie gefällt es dir auf einmal kritisiert zu werden? Ist nicht so schön, oder? Okay. Uh. Da greift sich jemand ganz gezielt, die junge Dame. Okay. 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 Ich sehe schon okay, ja. Mhm. Das ist ein spaßiges Gameplay-Element. Redenblöcke. Mhm. Das ist immer Spaß. Da freuen sich die Leute. Sagen sich, oh Junge, bin schon lange nicht mehr in die Luft gehüpft und dann einfach gestorben. Da hätte ich mal wieder Bock drauf. Der Larry. Der Larry. Der Larry will besiegt werden. Komm mir nur her, Larry. Komm mir nur her. Da geht er down, der Larry. Da geht er down. Wunderschön. Wir retten den Centurio. Wir retten den Centurio. Wir retten den Centurio. Seht ihr? Geht voll schnell. Mhm. Hallo Hammer Bruder. Mhm. Mhm. Go MOP. Yeah. Hm. 41,6 Sekunden. Pfff. Anfänger. Uh. Finale. Das Finale in Mario Bros. 2. Ich habe überhaupt keine Lust drauf. Okay. Okay. Wir warten einfach bis der Lemmy herkommt. Wir warten bis der Lemmy herkommt und dann siegen. wir ihn. Okay. Ist ganz einfach. Seht ihr? Ganz einfach. Haha. Uh. Bam. Fuck. Was? Nein. Fucking last Joe. Wuh. Besser als. Alter Link. Link. Oh. Was war das? Was? Das hat ihr da gerade eben für eine Scheiße gemacht. Okay. Konzentration. Ich schaff's jetzt. Okay. Ich werde es jetzt einfach schaffen. Okay. Okay. Das ist. Ne. Das zählt nicht. Ich schaff's jetzt einfach. Okay. Okay. Pass auf. Pass auf. Wir machen es jetzt einfach. Okay. 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 Absolut kein Problem. Das ist nur Lost Levels. Lass dich davon nicht unterkriegen Mario. Yes. Yeah. Fucking Bowser. Crush Fry. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Diese Mission. Ist so schrecklich. Warum geht sie nicht einfach weg? Kannst du mir auch rein in der Scheißfarbe, die mir was bringt, bringen? Digger. Wäre das möglich? Eventuell. Nein. Cool. Ach, die Farbe bringt mir jetzt auch nichts mehr. Okay. Cool. Okay. Fuck. Fuck. Was ist das für den... Okay. Okay. Neustart. Was... Was soll das hier? Ich kann ja nicht hüpfen und ich kann die Rache nicht hoch. Sag mal. Was... Was soll denn das? Yeah. Noch Rainbow. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ich weiß. Ich bin ziemlich super. Okay. Okay. Komm schon. Du Kackviech. Alter. Alter. Was ist los mit diesem Spiel, als das so verdammt nervig wird? Ich meine, was ist das für eine Mission? Stirb Bum Bum. Stirb Bum Bum. Fuck. Fucking Bum Bum. Was ist das für ein Name Bum Bum? Was soll das bedeuten? Was soll das bedeuten? Ich weiß es nicht. Yeah. Guter Sprung. Bum. Mir gefällt dir das, DDD. Oder sollte ich sagen, König Nickerchen? Nickerchen. Was? Ist das für eine Scheiße? Was? Soll ich gegen den machen? Geil. Überwinden wir den Abgrund. Davon fehlen wir den Paracrupa. Okay. Cool. Alter Tod. Du musst den Blauen hochheben. Tod. Heb den Blauen hoch. Ich weiß nicht, wie ich den Blauen hochheben soll. Oh Gott. Was für ein Kackviech. Was soll das? Okay. Ich höre schon auf. Ich höre schon auf. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Lost Levels. Lost Levels. Erreicht den Zielpfahl. Lost Levels. Hm. 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 Okay. Das war. Hm. Oh. Das war gut. Hm. Spring auf das Ei und hebel es mit B auf. Ha ha ha. Wenn ihr versteht was ich meine. Was mach du hier? Ist das hier? Ist das hier? Ist das das Spiel der unbeliebten Charaktere? Ja. Wario. Wario. Oh Gott. Bist du hässlich. Was ist mit dir passiert Wario? Machst du mal so gut aussehend. Und reich. Es ist ja nur noch ein hässlicher Vollidiot. Na gut. Machen wir weiter mit Mario Bros 2. Wenn wir schon von hässlichen Vollidioten reden. Ha ha ha. Danke. Aber. Du bist. In. Another. Castle. Just kidding. LOL. Da haut sich die LOLs raus. Okay. Game over. Ja was auch immer. Was auch immer hab ich gesagt. Äh. Ich. Ich kann nicht mehr zurück. Ja das äh. Das äh. Was. Ja. 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 Was auch immer. Ich will sagen es war so weit NS Remix 2. Die bedeutet wie das ganze weiter geht. Werden wir nicht sehen. Denn das war fucking NS Remix 2. Und ich habe dieses Spiel am Ende mehr gehasst als alles andere. Gute Nacht. Weißt du Luigi. Wenn du jetzt nicht einfach angefangen hättest wie ein Vollidiot rum zu rennen dann. Und zu sterben dann. Wäre es noch ein schönes Ende gewesen. Hätt es einfach ausfaden können. Aber so. Vielen Dank. Du hast es ruiniert. Ich hoffe du bist stolz auf dich. Heiliger Karl der Vollidioten.